Mein Opa wurde vor zwei Wochen 85 Jahre. Ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich ihn doch nochmal dahin bringen, weil das wäre, glaube ich, sein größter Traum, nochmal diesen Blick einfach zu sehen. Verena, wir von Antenne Bayern können deinen geliebten Opa dorthin bringen, wo er zu Fuß niemals mehr hinkönnte, an die schönsten Stellen im Gebirge, die er so noch nie erlebt hat. Das wäre der absolute Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Ich bin überwältigt von dem, was ich erleben darf. Ich bin 85 Jahre, ich fühle mich wie 25. Oh Gott. Es ist sonderbar. Ich habe keine Wutte mehr. Dass ich noch einmal meine Berge erleben darf, da habe ich nicht mehr gerechnet mit. Ich kann sie überhaupt nicht begreifen. Das ist so Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich. Mein Lebenshöhepunkt. Das Größte für mich. Antenne Bayern. aus dem in Tir toil her. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020